Der heute zum vierten Mal beim Schülerferienfest ist. Einige, die von euch dabei waren, werden sich noch daran erinnern. Ich glaube, im letzten Jahr hat er fast die ganze Bühne hier in Brand gesteckt. Zum vierten Mal dabei Mike Marine und Agent of Liberty. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020